Die Dynamik ist ungebrochen. Und so kennen wir New York, San Francisco, Chicago. Die großen Städte, in denen Leben und Business das Elixier für Fortschritt ist. Wirtschaft, Freizeit, Lebensqualität. Die Menschen spüren eine Entwicklung, die kontinuierlich nach oben führt. Doch Stopp! Schauen wir genau hin. Amerika hat noch mehr zu bieten. Städte mit ausgeprägtem Business und dynamischer Entwicklung. Nur sind es nicht die Metropolen auf der Vorderseite der Reiseführung. Die USA haben viele Zentren. Düsseldorf, Hamburg oder Stuttgart gelten ja auch nicht als Kleinstädte. Genauso wenig wie zum Beispiel Orlando, Birmingham oder Houston. Und gerade in diesen Städten sind bekannte und mächtige Unternehmen angesiedelt. Mit all den Impulsen für den dynamischen Wirtschaftsmikrokosmos einer Stadt. Für die jeweiligen Büroimmobilienmärkte braucht es spezielle Kenntnisse. Lokale Kenntnisse. Deshalb machen Amerikaner das lukrative Geschäft eher unter sich aus. Tomorrow Fund Management ist unter ihnen. Dank seiner Basis und seiner Partner in den USA hat Tomorrow Zugang zu Objekten, die anderen verschlossen bleiben. Die Vernetzung zwischen der Basis in Amerika und der Zentrale in Berlin gibt Tomorrow eine einmalige Position, sich im US-Immobilienmarkt Vorteile zu sichern. Tomorrow Fund Management ist die Idee von Dr. George Weinberg, einem US-Amerikaner, der unter anderem in Deutschland Architektur studierte und promovierte. Seine langjährige Erfahrung im Initiieren von geschlossenen Immobilienfonds als Vorstand und Geschäftsführer führte schließlich zur Gründung von Tomorrow Fund Management. Das Besondere an Tomorrow ist die diversifizierte Investitionsstrategie, die wir sehr konsequent in Amerika verfolgen. Tomorrow Fonds investieren in mehrere Gebäude mit breitem Mietermix, statt nur in eine einzige Immobilie mit wenigen Mietern. Bei der Auswahl der Standorte stehen historische Stabilität und regionale Bedeutung im Vordergrund. Warum alles auf eine Karte setzen? Sicherheit durch Risikostreuung. Durch aktives Management steigert Tomorrow den Wert der Gebäude, um sie nach fünf bis sieben Jahren mit Gewinn wieder zu verkaufen. Die hierbei erzielten Renditen sind häufig deutlich höher als bei so manchem Prestigeobjekt in bekannter Lage. Teil dieses Mixes sind natürlich auch Premium-Objekte in den von Tomorrow bevorzugten, regional bedeutenden Märkten. Auch hier suchen Top-Unternehmen nach repräsentativen Flächen. Dieses Gebäude im Zentrum von Birmingham, Alabama ist eine Top-Adresse. Mit erfolgreichen Mietern, die sich in modernem Ambiente wohlfühlen. Für mich ist es etwas Besonderes, Objektverwalterin von One Federal Place zu sein. Es ist ein Class-A-Bürogebäude auf dem aktuellsten Stand der Technik. Das Gebäude hat das Stadtzentrum neu geprägt, mit großzügigen Flächen und Annehmlichkeiten. Wir bieten eine hervorragende Mieterbetreuung und mein Ziel ist es, One Federal Place zur Top-Adresse für alle Mieter zu machen. Zufriedene Mieter mit langfristigen Perspektiven sind die Basis des Erfolges. Birmingham ist eine sehr interessante Stadt. Es ist das viertgrößte Bankzentrum der USA, sehr überraschend für viele Leute. Wir fühlen uns hier fantastisch. Dies war eine der besten strategischen Entscheidungen, die wir jemals getroffen haben. Die Flächen sind extrem funktional. Das Gebäude ist sehr gut gestaltet. Wir haben sämtliche Innenräume von Architekten aus Atlanta entwerfen lassen, die auf Anwaltskanzleien spezialisiert sind. So haben wir genügend Raum, um zu wachsen. Es ist einfach perfekt. Jeder Standort zeigt in seinem Mikrokosmos von Branchenmix und Wirtschaftsentwicklung Gebäude mit Potenzial für erfolgreiche Portfolios. Wie zum Beispiel dieses Objekt im sonnigen Orlando in Florida. Lakeview ist ein extrem interessantes Objekt, das sehr nah am zentralen Geschäftsbezirk von Orlando liegt. Die Lage des Gebäudes ist fantastisch, weil der Flughafen nicht weit entfernt ist und alle wesentlichen Straßen gut zu erreichen sind. Einerseits haben wir eine herrliche, naturbelassene Umgebung. Andererseits die Nähe zur Stadt mit allem, was wir brauchen. Unsere außergewöhnlichen Dienstleistungen und das engagierte Personal sowie unsere Liebe zum Detail sorgen für eine über 90-prozentige Auslastung. BGK Tomorrow gibt uns die Ressourcen und das Personal, um das Objekt in einer Weise zu warten, wie sonst nur A-Plus-Objekte gepflegt werden. Und das ist der Grund, warum es sich hierbei um ein ganz besonderes Anwesen handelt. Tomorrow setzt in den USA auf einen starken Partner für eine kompetente und erfolgreiche Akquise von Objekten. BGK, eine der grössten und respektiertesten Immobilienfirmen in den USA, ist an Tomorrow beteiligt. Wie hat BGK es geschafft, so erfolgreich zu werden? Wir sind sehr stolz auf das, was wir in den letzten 15 Jahren erreicht haben. Wir haben einen sehr guten Ruf auf dem Immobilienmarkt. Nicht nur in Texas oder Houston, sondern landesweit. Wir behandeln unsere Objekte und unsere Investoren mit einem hohen Maß an Achtung und arbeiten daran, den Wert unserer Objekte durch unser Gebäudemanagement zu erhöhen. Zurzeit haben wir über 200 Objekte in 25 Staaten. Und BGK Tomorrow nutzt dieses Wissen und diese Erfahrung, um neue Objekte im Markt zu finden, die als potenzielle Akquisitionsziele in Frage kommen. Wir prüfen diese Objekte. Wir bestimmen deren Wert, deren Zustand und ob das Objekt unseren Investitionskriterien genügt. Unser Management-Know-how setzen wir in allen von uns gemanagten Tomorrow-Objekten ein, als ob diese uns selbst gehören würden. Beispiele aus Tomorrow-Fonds als Ergebnis dieser Zusammenarbeit. Amerikanisch repräsentative und effektive Gebäude mit hoher Meterbindung. Oft Verwaltungsgebäude, in denen das optimale Gebäudemanagement Rendite erwirtschaftet. Aber auch Class-A-Objekte in regionalen Märkten, wie One Federal Place in Birmingham. Und so entstehen Fonds mit einem überregionalen und idealen Mix sorgfältig abgestimmter Faktoren, die einerseits Rendite schaffen, aber auch Sicherheit bündeln. Analysten und Fachpresse haben dazu eine klare Meinung. Also wir sind sehr stolz auf unseren Erfolg. Dieser Erfolg ist uns durch die Analysten und Fachpresse mehrmals bescheinigt worden. In den letzten fünf Jahren haben wir etwa drei Viertelmilliarde US-Dollars für die deutschen Anlieger in Amerika investiert. Auch in einer Zeit, die sicherlich nicht immer sehr einfach war. Trotzdem haben wir in allen unseren sieben Fonds die prognostizierten Renditen in voller Höhe rechtzeitig an unsere Anlieger ausschütten können. Und darauf sind wir zu Recht stolz, richtig stolz. Tomorrows Weg führt in hochattraktive und wachstumsstarke Städte in den USA zu äußerst interessanten Immobilienmärkten mit soliden und berechenbaren Chancen. Tomorrows Fund Management ist als Spezialist in den amerikanischen Märkten zu Hause und deshalb so erfolgreich. Denn in den regional bedeutenden Märkten der USA spielt sich der überwiegende Teil des Immobiliengeschäfts ab. Diese Märkte werden oft unterschätzt und gehören doch zu den lukrativsten und interessantesten Amerikas. Hier findet man die Gelegenheiten für Investments mit einem kurzfristigen Anlagehorizont, die Sicherheit und Rendite ermöglichen. Tomorrows Anleger sind dabei. Tomorrows Fund Management The American Way of Investment The American Way of Communication Vielen Dank.